Am nächsten haben wir wenigstens den Trost, dass Boris Becker selbst ausschaltet. Das war's für heute. unglaublich die netzkante hat boris becker beim zweiten match bei gerettet auch das stadion kann es nicht fassen 6 beide sehen sie da geht der ball hoch macht eine reflex bewegung erwischt den ball noch schlechter und weit sind aus noch einmal der zeitlupe kann man bewusst zu einem beispiel nein das kann man natürlich und der hat